Hallo zusammen! Erinnert euch daran, wie das Wetter euch einmal einen Ausflug an den Strand verdorben hat oder wie euer Auto vor der Arbeit plötzlich nicht mehr ansprangt? Multipliziert das Ausmaß der Tragödie mit etwa 2 und ihr erhaltet dieses Video. Heute sehen wir uns Situationen an, in denen es nicht so lief wie geplant ist. Lasst uns loslegen! Der Rettungsplan war fast perfekt. Aber am Ende haben sie das Auto einfach auf seine letzte Reise geschickt. Ich will nicht mal annähernd wissen, wie viel dieser Fehler sie gekostet hat. Optimistisch betrachtet hat dieses Haus nun zwei Eingänge für den Weihnachtsmann. Oh nooo! 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 I think you broke a truck! Come on man! BEEP! BEEP! That's alright! BEEP! BEEP! Das ist der Grund, weshalb man detaillierte Videoanleitungen zum Thema Arbeitsschutz erstellt. Was ist der Grund, weshalb dieses themed Regal החs? Fisk. Vaar! Ah! dieser Daher er sich im Grund. Dein Land, das ist der Grund, weshalb des Lebens. Das ist der Grund, weshalb des Lebens im Grund. Sie haben alles berechnet, verließen sich aber auf jemanden, der große Probleme mit der Mathematik hatte und bekam eines der teuersten Cabrios der Geschichte. Der Dreh fiel zwar etwas teurer aus als geplant, aber immerhin war am Ende dieses virale Filmmaterial herausgekommen. Diese verdammten Brücken an den unpassendsten Stellen. Dieser eine Freund, der noch nie Shooter gespielt hat. Einen teureren Katzensnick kann man sich kaum vorstellen. Ich hoffe, dass du findest einen Taxi-Tur. Und dann sehen wir. Wir sehen uns einen anderen Tag. Oi, oi. Ha det bra. Ha en fin kveld. Ade. Man muss kein Detektiv sein, um herauszufinden, wer das Ganze angerichtet hat. Was ich machen? Was ich machen will mit dir? Was ich mache mit dir? Oh no! Oh no! Oh f***! Oh f***! Hoffentlich entwickelt der Konstrukteur dieser Drohne keine Passagierflugzeuge. Dieser Raum ist keine Toilette mehr, sondern ein großer Whirlpool. Wenn es das Ziel war, die Situation noch mehr zu erschweren, dann haben sie es gut hingekriegt. Manchmal ist das der Grund, warum sich euer Paket verzögert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist eben nicht allen von uns vergönnt, den Geschmack von teurem Wein kennenzulernen. Falls ihr jemals das Gefühl haben solltet, nutzlos zu sein, denkt einfach an das Netz in diesem Hof. Oh mein Gott! Jetzt sind der Kapitän und die Mannschaft dazu verdammt, für immer zu segeln. Erstrebenswertes Selbstvertrauenslevel Ein Typ, der glaubt, ein mehrere Tonnen schweres Eisenteil mit bloßen Händen aufhalten zu können. Endlich ein Happy End, dachte ich mir, aber dann fiel mir ein, worum es im heutigen Video geht. Es gibt eine schlechte Nachricht. Alle Geschichten über Wälse, die Menschen unter Wasser ziehen, sind wahr. Ein Meisterkurs darin, wie man bei der Autowäsche Geld spart. Und bei der Reparatur in der Werkstatt ein Vielfaches vom Ersparten bezahlt. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder einem Navi verabschiede. Die in den Videos gezeigten Handlungen wurden zwar von keinen Profis ausgeführt, aber ich rate euch dennoch davon ab, sie nachzumachen. Wie soll man den Kindern nun sagen, dass sie statt des versprochenen Baumhauses einen Baum auf einem Haus bekommen? Das ist so gewohnt, als ihr zu billig seid, um ein Verrührliftchen zu lassen. Ehrlich gesagt war der Plan von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das einzige, was diese Aufnahmen noch tragischer machen kann, ist die Tatsache, dass es sich nicht um Wasser, sondern um 30.000 Liter Sekt handelt. Wie muss man eigentlich fahren, damit so etwas passiert? Glücklicherweise sind die Gefühle der Bauarbeiter, die das Gerüst gebaut haben, das einzige, was in dem auf diesen Bildern festgehaltenen Moment verletzt wurde. Der offensichtliche Nachteil des Wohnens im Erdgeschoss, den Immobilienmakler verschweigen. Das ist ein Wartensicht. Oh, no. No, 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 no. Where's her phone? Let me see it. We're gonna put this shit in rice immediately. Haben Sie ernsthaft damit gerechnet, dass es funktionieren würde? Baum gegen Pickup. Auf wen setzt ihr? Habt ihr euch schon mal gefragt, was passiert, wenn ihr vergesst, die Balkontüre in eurer Wohnung zu schließen und für ein halbes Jahr verreist? Ich habe das Gefühl, dass das Hauptproblem in der ungleichen Verteilung der Luftballons lag. Wie funktioniert es? OH SH** Oh F** Kaum zu glauben, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass dieses Massengrab für Autos eine ganz normale Tiefgarage war. Auf der Karte dieser Stadt sollte ein neuer Wasserfall verzeichnet werden. Schwer zu sagen, was sie damit bezwecken wollten, aber es ist auch so klar, dass es nicht geklappt Diese Bilder zeigen gleich zwei perfekte Treffer. Die Frage ist, wie wird er den Bankangestellten erklären, was passiert ist? Es ist viel schlimmer, als ihr denkt. Ich wette, dass die Umgestaltung dieses Hauses ohne Genehmigung durchgeführt wurde. Wenn man ohne Worte weiß, dass es heute Abend etwas von der nächsten Pizzeria zu essen gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Eine alte Autofahrerphobie, aber in einem neuen Ausmaß Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I need you to move. Okay. Come on. Oh no, Kat! I need you to move.